Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und heute spiele ich wieder einmal Master Yi im Jungle. Ist ja mein absoluter Main Champ und das wird er auch bleiben. Ja, und des Weiteren haben wir, jetzt muss ich erstmal gucken, ein Fitz auf der Top-Lane, Azir auf der Mid-Lane, Ezreal als ADC und Tahm Kench als Support. Im Gegnerteam haben wir ein Amumu im Jungle, schon lange nicht gesehen. Malfight auf der Top-Lane, LeBlanc auf der Mid-Lane, Seavir als ADC und Zona als Support. Unser Tahm Kench kommt schon wieder nicht in die Hufe. Ist ja schon mal super. Na gut, ansonsten, ich stehe immer noch Gold 4. Gold 5, sorry. Ich war vorhin schon mal in der Promo zu Gold 4, bin dann aber stark abgesackt. Gut gesagt. Ah, da kommt er endlich. Ja sowas, wenn man auf Toilette muss oder sonst was, kann man das auch vorm Rank machen So, immerhin hat er wieder gut gemacht jetzt dadurch, dass er den Blue gepullt hat Ist auf jeden Fall in Ordnung von ihm So, und jetzt kann das Spiel richtig losgehen, hoffe ich Stirb du Wolf Last Hitten, ja das ist ne gute Idee Ich weiß nicht, ob die beiden Pre-Mates sind Schreiben die ganze Zeit schon irgendeinen Blödsinn Was man nicht unbedingt verstehen muss Dann smite ich gleich auch nochmal Ich hab doch relativ viel Leben verloren hab Scheint auch wieder ein ganz schöner Latscher zu sein da Aber egal, solange er seinen Job gut macht, ist das egal Jawoll, gut Job Junge Kann man auch direkt mal schreiben Gerade First Blood für ein Asier ist ja nicht verkehrt So, jetzt geh ich mal gucken, ob ich die Krabbe hier machen kann Ah, wo ist er, da ist er Warten wir hier doch mal eiskalt für den Fitz Wer war im Gegner? Jungle Amumu Ja gut, da wird Blue angefangen haben Dürfte hier jetzt aber nicht mehr unterwegs sein Denk mal, der ist Base Oder zumindest auf der Botline unterwegs Weil ein Amumu auf jeden Fall mit dem Blue Buff beginnt So, und raus hier Oh, LeBlanc Ne, sie geht aber wieder weg Jawoll Da haben wir den Botline Kill Auch sehr schön Nehme ich gleich nochmal ein Pinky mit Er ärgert die Leute auch noch ein bisschen Er weiß, wie es läuft Unsere Widersacher verderben uns So Dann geh ich erst die Krabbe machen Wenn's möglich ist Da ist er So Hängt das nochmal schnell den Pink gesetzt Na, da brauch ich im Moment nicht runter zu gehen Oh, Melphite Miss Läuft alles so, wie es laufen soll Wunderbar Ist ja auch schön, dass ich endlich mal ein vernünftiges Team erwische hier Keine Ahnung, was das sollte Egal Ich geh weiter in meinen Jungle Aber Melphite ist auch wieder da Amumu 01 wird kein Equipped angezeigt Das ist merkwürdig Ist aber denk ich mal nur ein Anzeige Bug Aber vom Farm her auch überragend der Asir 60 Farmen gegen 30 Das Doppelte Der bekommt selbst verfreilich von mir den Dubuff Oh Aufpasser Oh, komm her Digga Hier gibt's ein Blut zum halben Preis So liebe ich die Runden Wenn man mit Master hier wirklich bis Level 6 durchjunglen kann Die Lanes alle klarkommen So muss das sein Ist leider natürlich nicht immer so Aber bis Level 6 sind die Master Yi Gangs natürlich so semi gut Oh Kommt da Mumu Der will doch wohl nicht meinen Dubuff Doch, will er definitiv Okay 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 Jawoll, naja gut, schade, dass CC wieder den Ezreal kriegt. Oh, beide sogar. Das ist natürlich weniger schön. So, machen kann ich da denke ich mal eh nur nichts. Wolle ich mir lieber die Krabbe? Nee, die feiten nicht. Ja. 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 So, jetzt guck mal erstmal ob man zum Mailfight nicht krallen kann. Oh, Fitzi. ah Ach dammit. Okay. Hat leider nicht geklappt. Ach. Ne, ich geh erstmal base. Kann er mein Jungler-Item holen? Dann geh ich auf der Buttline vorbei. Ähm. Tja, Leute. Ab beurte ich jetzt auch noch nicht runter zu gehen. Ok, da haben wir also beide Ok, hinter ist gewordet Ok, Smite hat geklappt Und Amumu auch noch weggeholt Wunderbar Hey So, komm schnell So, und erst nochmal Base Botline ist ordentlich was los Aber ich kann da im Moment auch nichts machen So, Flitzer aber schon wieder Haben sie den Tower leider Na, wo hängt das denn hier An der Botlane As-Reihe 0-2 Komm, komm, komm Oh, nein Oh, nein Oh, nein Gut, dass ich meinen Bodyguard dabei hatte Das hätte auch mal böse in die Hose gehen können So, und der Asialam macht aber auch einen Druck Mal gucken 138 Farben Krass Ist ja LCS-like Und der ist Jungle wie ein großer Oh, ich stehe auch 4-0 Nice Gar nicht aufgefallen Oh, gleich wieder Old Kann man da unten noch lockerflockig auch mal wieder was machen So, gucken So, gucken Noch geht nicht viel So, oh Mal sehen, ob ich da noch was machen kann Oh, leu Haben wir mal auch noch da Dammit Den habe ich da jetzt leider nicht gesehen Vorsicht, Asia Du bekommst gut Besuch Und Power hat noch ordentlich Leben wenigstens Aber, dass der Amumu auch noch da war Das musste doch jetzt nicht sein Das muss ich mal vorregen 5 Sekunden bis Old Deswegen bin ich noch nicht reingegangen Falls ihr euch wundert Yo Das hat doch dann noch ganz gut geklappt So Und ich gehe weiter auf hier Um das Geisterklinge Ich stehe einfach auf diesem Item-Bild Drake Oh ja Drei Sekunden Geh mal direkt runter Da bin ich sehr eh platt So Mal gucken Wer ist hier so noch So Okay Dann gehe ich Mitte weiter pushen Tja Sie haben einen Triple Und ich kann schön Mal sehen Vielleicht sogar den Innerpolen Ich weiß nicht Ob der Mailfighter Das gar nicht mitkriegt Verdammt Ein bisschen gefehlt Alle Blanc auch schon da Schade Mensch Innerp hätte ich jetzt gerne geholt So Und raus Und ab zum Red Aber das Spiel Insgesamt sehr stark 20-10 6-1 Für mich selbst Wir haben vier Türme Die nur einen Wir haben zwei Drakes Gut Also hier macht das da Alles im Alleingang So Und jetzt können wir auch den Innerp machen Tja Die Runden davor Habe ich eher Mit meinem Team Richtig auf die Goschen gekriegt Und jetzt läuft es genau andersrum Das ist ja jetzt mal Echt überragend hier Da können einem die Gegner Schon halt leid tun Da ist schon wieder der Amomo Ah Tower-Agro Ja Müssen wir raus Okay Oh Feuer Ah Da kam der Slow noch Ist aber nicht schlimm Würde ich behaupten So Wie viel brauche ich für Jumos Tausend Oh der Asi hat 10-2 Fast 200 Farms schon Die Dämonen verbergen sich Die Botlane weiter So nah Terminiert Wie stand die Anstelle Hier sieht Naja Isoliere die radikalen Kräfte So So Die Botlane-Tower Aber den Botlane Tower Kriegen wir auch Eine Minute nach bis zum nächsten Break. Jawohl. Da war glaube ich ein Pink. Und ich geh wieder runter auf die Bot-Lane. So. Drake fünf Sekunden. Sollten wir uns auf jeden Fall holen. Ich glaube das ist eine Runde, die können wir fast nicht mehr verlieren. Jawohl. Ja, was macht der Tarm da oben? Ordentliches Geprügel gegen LeBlanc. Fitsport. Und wir kommen hier entgegen. Aber die können natürlich hier raus. Okay. So nicht, Mädel. So, einmal noch Back. Red Barf holen. Und dann denke ich mal, können wir finishen. Also hier denke ich mal dran, wegzugehen. Doch, jetzt. So, Na Town. Ich hab noch ein bisschen bis zu Ult. Fits pusht währenddessen die Bot-Lane. Kommt, Leute. Wir machen In-App. Boah. Ein Slow kassiert. Wir müssten eigentlich hier alle groopen und dann den In-App machen. Okay. 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 Ich denke, das war's. Schön. Vierfach-Kill am Schluss. Aber noch ein Killer gekriegt. Der hat echt nicht mehr alle Latten am Zaun, der Tarm Aber ich hoffe, das Game hat euch trotzdem ein wenig gefallen Und wenn ja, schaut mal wieder rein In diesem Sinne, bis bald, euer Ran